Nach einer Weile kriegt man nicht mehr mit, wie einem die eigenen Knochen brechen, wie dir die Zähne klappern. Man konzentriert sich nur noch darauf, das kleine Ding im Inneren, das man Seele nennt, festzuhalten. Der Rest ist einem egal. Den Rest nehmen Sie einem sowieso. Jäger und Sammler, laut Exemplar, wenn mich verwirkt, erklärt mich für wahn. Die Sinek ist die Sache schon, denn die Evolution ist die Revolution, statt von Ort. Eine neue Norm, die gewirkt der Lohn, für das unser Leben, in lauter Zivilisation, kein Rückschritt, sondern ein neuer Beginn. Ne, ne, automat, das ist hier nicht drin. Wenn du kennst, wenn da bin, wenn das alle denken würd, du läufst in schweren Weg, doch auch meiner ist voll hören. Denn dann ist er, die sind ein paar tausend Jahre nicht mehr gern, doch auf mich hört ja keiner und missversteht. Ich will mich nicht, wenn ich sag, du bist das Ende dieser Welt, so wie wir sie kennen, nur für jede Leutenswelt. Ich will nur sagen, das ist hier so lieb. Ich will nur sagen, das ist hier so lieb. Ich will nur sagen, das ist hier so lieb. Ich will nur sagen, das ist hier so lieb. Eine Idee Hast du Leben, hast du Kosten, hast du Profil Alles nur in meinem Kopf, alles nur in meinem Mund Was ist Schuss, 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 Schuss Was ist Schuss, Schuss? Wer sagt, der unsterblich ist? Ja, ja, schön und gut, doch ich bin es nicht Ich lach nur, wenn ich sage, dass das Ende dieser Welt So wie wir sie kennen und wie jede Leute sein Es geht los, um zu sagen, dass es so geht Und jedes, was du nie gesagt hast, geht es nur, dass wir es sagen Das denke ich, dass wir es bleiben Was ist Schuss, 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 Schuss Und jedes, was sagt, dann ist nun mal, wenn es da geht Und wenn es für Freude ist, wenn es für mich Eheh, 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 EHEh Das ist das Lied zu spät, Lied zu spät, Lied zu spät. Das ist das Lied zu spät. Das war's mit meinen Drumcovers zu Lied. Das war's von den Wohlstandskindern. Wenn ich dieses Video gefallen habe, dürft ihr jetzt gerne positiv bewerten. Würde mich sehr freuen, weil es hilft nicht nur mir. Dann zeigt mir auch, okay, das, was du machst, das gefällt der Leuten, weißt du, dann fühle ich mich immer ein bisschen besser. Es gibt immer die Motivation, die jeden Tag weiterzuwachen und für euch die Drumcovers einzuüben und aufzunehmen. Wenn euch das ganze hier gefällt, was ich mache und ihr vielleicht ein paar mehr Videos schon gesehen habt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Den Abo-Knopf findet ihr unter dem Video. Der verpasst nämlich nichts mehr. Dann wüsst ihr nicht immer, ob ich die Videos zusammen hamsteren oder so. Dann kriegt ihr einfach mal eine Nachricht. Zack. Dann solltet ihr euch ein neues Video aufgeladen und dann könnt ihr euch direkt ansehen. Ja, in der Infobox, die ihr direkt unter dem Abo-Knopf findet, habe ich dann noch meine Facebook-Selle verlinkt, meine Website verlinkt und mein letztes Video verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch einen traumhaften Abend und ein traumhaftes Wochenende, liebe Leute. Ciao. 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 Ciao.